Hallo Leute, herzlich willkommen zu Zelda Breath of the Wild. Ich habe das ja nicht gespielt als Let's Play, aber den DLC würde ich gerne mit euch zusammen. Und der ist ja seit Freitag, letzter Woche Freitag, verfügbar. Beziehungsweise aktiviert von Nintendo, das erste Paket, das zweite kommt erst im Winter. Das ist dann Story DLC, jetzt haben wir hier den Hard Mode, zwei, drei neue Kostüme und Prüfung des Schwertes. Das heißt, das Master Schwert, Wandschwert, das die Finsternis besiegt. Es gibt nun eine Herausforderung, mit der du sein wahres Licht entfesseln kannst. Sobald du das Master Schwert hast, sprich mit dem Dikebaum im Wald der Kroks. Master Modus ist der Hard Mode. Dieser höhere Schwertgrad stellt deine Fähigkeiten auf die Probe. Du findest ihn auf dem Titelbildschirm unter Master Modus. Im Master Modus stehen dir zwei Speicherstellen zur Verfügung, darunter ein automatisch angelegter. Pfad des Helden. Diese Prüfung zeigt dir einen zurückgelegten Weg auf der Karte. Sie wird verfügbar, sobald du einen bestimmten Punkt im Spiel erreicht hast und die Karte freigeschaltet hast. Es werden bis zu 200 Spielstunden aufgezeichnet. Wenn du diese Zeit überschreitest, verschwindet der älteste Teil des Pfades. Da bin ich ja mal gespannt. Teleport Medaillon. Das Teleport Medaillon kannst du frei platzieren, um dich dann an die entsprechende Stelle zu teleportieren. Am Stall von Südkala soll es ein Buch über diesen Gegenstand geben. Aha. Krogmaske. Die Krogmaske zeigt dir, wenn sich ein Krog in deiner Nähe befindet. Am Stall des Walles soll es ein Buch über diesen Gegenstand geben. Aha. Ramdas Schätze. Es gibt acht Gegenstände aus der Legend of Zelda Reihe aufzuspüren. Darunter auch Majoras Maske. In Stallruinen sollen die Aufzeichnungen des Räuberkönigs Ramda zu finden sein, der diese Gegenstände einst gestohlen hat. In den Hyrule Stallruinen. Auf dem vergessenen Plateau wurden drei Schatzkissen mit exklusiver Ausrüstung und nützlichen Items hinzugefügt. Auf dem vergessenen Plateau. Das ist ja so groß. Muss ein netter sein. Ach du Scheiße. Fliegen wir da erstmal hin. Dann machen wir erstmal das vergessene Plateau. Ja Leute, das ist das. Dann nehmen wir da mal hin. DEC erworben, ja. Mastermodus. Fortsetzen. Und ihr seht da hier meinen Spielstand. Anfangen. Rennen. So. Da sind wir. Auserwählter. Jawohl. Dein Name ist Link. Es ist eine Zeit, dich einer großen Prüfung zu stellen. Da wo du das Master Schwert aus dem Stein gezogen hast. Gehe zum großen Dekobaum im Wald der Krox. Er wird dir den Weg zu dieser Prüfung weisen. Alles klar. Prüfung des Schwertes. Neuer Zielpunkt. Ach so, hier sind sie. Warte mal. Ich werde erst mal warten, bis alle da sind. Krone der Schatten. Geisterhafte Rüstung. Das waren sie alle. Ja. Die uralte Maske. Die seltsame Maske. Aber wir gehen erst mal aufs Plateau. Da sollen ja drei... Och man, jetzt drück ich schon wieder. Ich schnapp hier. Da sollen ja drei Kisten liegen. Wo waren jetzt hier die Karte? Ne, so nicht. Da. Ach so, wir müssen uns erst mal wegteleportieren. Ort verlassen. Ich bin ja gespannt. Ich habe das Spiel ja jetzt hier 165 Stunden. Ah, der habe ich ja auf der Uhr. Ruinen von Hyrule Stadt. So, nochmal hier gucken, meine Items. Da, Schilder, schön. Ich habe zwar ein paar Amiibos da, aber die sind alle noch eingepackt. Deswegen habe ich zum Beispiel auch keine Amiibo... Ähm... Rüstung. So. Gut, dann gehen wir mal... Dann gehen wir mal aufs Plateau. Karte war hier. Der Vater ist selten. Ah, der Bekehmer ist nicht spannend. Pass mal auf. Tada. Oh, crazy. Ich bin hier nicht schräg durchgelaufen. Hier war ich noch nie gewesen. Wie jetzt? Was? Das ist ja crazy. Und also hier. Aber wo man lieber noch nicht war. Hier ist man... Bin ich einmal durchgelaufen? Hier oben waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht. Krass. Aber hier ist ja okay, wa? Haha. Jetzt fahren sie mal hin und her. Achso, immer da gestartet und dann drüber zur Fee. Ja, ja. Macht Sinn. Oh, guck mal hier. Oh. Sorry. Hier noch nicht gewesen. Hier oben noch nie gewesen. Hier noch nie gewesen. Oder hier. Hier auch noch nie gewesen. Krass. Wie ist er witzig. Esstlicher Stau. Achso, hier war der Bossfight, wa? Oder hier geht der Rhythm an. Hier immer hin und her. Ach, da war, glaube ich, da habe ich die Schuppen von dem Drachen irgendwie. Bin ich da hin und her. Oder hier. Nie auf dem Berg gewesen. Krass. Nie den Weg lang gegangen hier. Das wollte ich ja auch mal machen. Habe alle Wege ablofen. Seht ihr ja, wie gut ich das gemacht habe. Krass, wa? Wart man so. Oder hier waren wir auch nie. Oder hier. Ein ganzer Berg. Nie gewesen. Verrückt. Das ist ja echt verrückt. Oder hier immer rechts runter. Hier links nie lang. Na, da kann ich mir schon vorstellen, dass da noch hier schön 700 Crocs haben wir irgendwo rumschwirren. Gut, dann nehmen wir erstmal hier zum vergessenen Plateau. Wo waren denn die Wesen? Auf Ebene von Hyrule, hier, wa? Ja. Achso, jetzt schüttet er das ab. Direkt der Sturm am Anfang. Turm des Plateaus. Nehmen wir da mal hin. Ach, was hast du? So. Nein. Mann. Jedes Mal. Jedes Mal. Gucken wir mal, ob hier die Kisten direkt sind. Das ist bestimmt eh viele in den Kisten. Ja, hier ist schon mal keine Kiste. Ach du Scheiße. Haha. Kann sein, dass die in der Citadelle der Zeit ist, da oben. Klopp, klopp. Gehen wir mal da hoch. Gehen wir mal da hoch. Gehen wir mal da hoch. Gehen wir mal um set los. Gehen wir mal da hoch. Gehen wir mal da hoch machen, ichGR 근 realized auch 1943, aufz. ă. immer alles mitnehmen schönes krevet lecker locker schmecker ja 160 stunden auf der uhr bei dem spiel 165 wenn er jetzt bestimmt noch ein paar mehr wo ist denn jetzt die zitadelle der zeit oder das ist da wo wir gestartet sind kann natürlich auch sein ein treffalter so weder mäuse hier ist nix man schleimi hier ist nix hier war vielleicht mal was vielleicht aber auch nicht was tun hier waffentasche voll zitadelle der zeit guck mal ob die hier ist wenn ich gut gerne mal in den quest buch was ist denn jetzt hier der enyang von hinten und hier hoch hier hoch wir müssen hier hoch so und das ist nicht überhaupt so ein scheiß wetter jetzt hier was soll ich komme ich habe dir bereits große kraft gewährt du sollst keine weiteren begehren bringe den frieden nach hyrule zurück hier ist also nischt keine kiste dann gehen wir mal da hoch wo wir gestartet sind und dann machen wir auch mal noch mal kurz gucken auf die karte wo das war fahrt des helden x hier oben war ne wiedergabe a da ist der anfang da links rum müssen wir die wandelt hier mit dem hier da müssen wir hin ach so ich habe die karte ausgemacht wartet mal äh einstellungen audiosprache abbrechen ja äh ich sehe gerade nicht profi ist irgendwas ach so hier so jetzt nehmen wir die karte und wir können nicht lassen sie mich in ruhe da gleich kaputt die wandelt da zwei fässer oder kissen ach so warte mal ich habe die falsche drei normale pfeile gerade mal oh unser masserschwert ist dahin dann holen wir uns nehmen wir auch ein andrit wirken wir hier meine hundertdreier keule von nem leunen crazy oder was nehmen wir denn hier hm 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 hier unser feuerschwert nehmen wir halt den apfel mitnehmen ach hier warte hier war der könig warte hier gehockt ja hoffen wir mal dass das auch wirklich hier oben drin ist das ist weggeworfen die waren sowas schlechens schnappen wir uns nämlich den käfer ach gut ne dann gehen wir nochmal rein am startpunkt wo unser abenteuer begonnen hat ist ja witzig ist ja witzig hat sich ja nicht gedacht hier sind aber auch keine kisten wo sind denn die blöden kisten ich guck dir nochmal auf der karte ich guck dir nochmal auf der karte oh jetzt hat mich selber erwischt ok okay oh jetzt ah dann machen wir das ja okay hm 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 Guck mal hier im Questbuch Achso, hier ist noch einer alte, ja Die Kündigungsbesastung fährt von Gewandung Die von Räubern haben Srammler gestürmt Und dieser eine Stücke War eine geisterhafte Rüstung Nee Hier steht nichts von den Kisten Das sind alle Schleiruinen, das ist alles dasselbe Ist hier noch was? Nee Siegel Garnan, ja Hm, leider nicht Leider steht hier nichts, wo die sein sollen Na toll Dann müssen wir mal Eine Kiste finden und die fotografieren Und dann können wir scannen Könnt ihr jetzt jedoch da oder da? Aber nö Äh, nicht Hm Klopp So, jetzt muss man mal eine Kiste suchen Wie wir fotografieren können Ja, jetzt lasse ich mal in Ruhe jetzt Hm Ich gehe hoch jetzt ja wieder zur Oder hatte ich schon mal eine Wo war denn das jetzt? Wo ging denn das? Hm Jo, wo ging das? Wo, 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 wo? Versteckte Schreine gefunden 40 von 2 Ich habe doch alle Schreine, ich habe 120 Schreine Ich habe doch alle Schreine, ich habe 120 Schreine Nebenaufgaben haben wir 61 von 83 nur Dann habe ich ja auch nicht alle So Aber darum geht es ja jetzt nicht Wartet auf der Karte Wartet auf der Karte Schicker sind doch Y Ja, ist es doch Nee, habe ich nicht Schätze, habe ich nicht fotografiert Nee Nee, habe ich nicht Müssen wir erst mal eine suchen Mist Mal gucken, im Wasser ist bestimmt irgendwo einer Ich gehe in dieser Ich gehe auf dem Wasser ja ist das guardians Das ist ja hier 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 Man, sonst handet man hier ständig irgendwelche Kisten. Jetzt muss man hier ne Waffe holen. Schlimmete Keule kaputt ja holen. Schildtasche ist voll. Ich such ne Kiste, Jungs. Gebt mir eine Kiste. Gebt mir eine Kiste. Da ist nun ein Felsen. Pfeile sind immer gut. Oh, da hält's ja runter. Wo sind die blöden? Da dachte ich, wird das das einfachste. Weil die Kisten hat man ja gleich bekommen. Obwohl man das jetzt schon mal vom Monat glaube ich den gekauft hat, dann hat man schon die Kiste bekommen. Da ist nur der Felsen. Da ist ne Kiste. Zwei ist er ja. Drei ist er ja. Ach, das sind... Die sehen anders aus, sind das die? Ah, die sehen normal aus. Ich mach mal ein Foto von der Kiste. Ach, ich muss vielleicht zu die drei... Zu alle drei schreien. Da sind die bestimmt. Pass mal auf. Rolf. Hm. Wie war denn jetzt hier mit dem... Album öffnen? So, lass mal hier was löschen. Löschen einfach mal das. Und das. Und das. Und das. So. Äh, aufnehmen. Ah. Speichern. Ach was, da hab ich ja schon ne Kiste drauf gehabt. Guck an. So. Ideal. Äh. Chica-Sensor. Und auf die Kiste. So. So. Zwei haben wir ja nur am Wasser. Dann klappe ich jetzt mal alle... Schreiner ab, würde ich sagen. Schreiner ab, würde ich sagen. Das sind die normale Kisten. So sehen die eigentlich aus. Ach so war das genau. Mit dem Steuerkreuz nach unten. So. Na der will runter. Ah, wir gehen jetzt nicht runter. Wir bleiben hier auf dem... Auf dem Plateau. Wo ist denn der andere? Mann, ich drücke mal die falsche Taste. Hier, der andere schreien. Hier ist... Hier ist einer. Ne, nicht teleportieren. Teleportieren will ich eigentlich nicht. Ich wollte eigentlich loben. Aber wir... Teleportieren mal. So. Da wird ja mal entspannt. Ob hier jetzt eine Kiste ist. Bisschen kalt. Ja, war klar. Na, außer die Holzkiste. Die meine ich nicht. Da ist er. Ja, ja. Bei jedem Schreien ist einer. Mal auf hier. Ey, das ist doch nur Quatsch. Das sind doch keine besonderen Kisten. Geile Gegenstände sollen da drin sein. Das ist totaler Quatsch. So, dann gehen wir hier hin. Zooml. In contrôle. wo lang? hier hier oben? das oberste noch als Kiste der will aber dahin naja wir gehen mal dahin ich muss mich mal umziehen hier ich verfriere hier gleich ich muss mal hier was futtern oder so geht auch das sind ja normale Kisten so gucken wir mal hier hier soll auch irgendwo inne sein ha ha ist aber ohne Holzkiste bernstein neues objekt gefunden da die richtung hier entfernt sie ja jetzt von dem hier hmm naja ist hier bestimmt im Wasser die Kiste neues objekt gefunden der Schrein der Schrein war da oben oder wer war hier oben wir wissen doch wo wir hier die ehre Kiste noch finden mit unserem Kistensucher kann doch nicht sein Leute müssen wir hier hoch das schau mal der Jey der spielt Okay. Gehen wir hier hoch Hier oben waren wir schon Dann sagen wir mal wo ist denn jetzt die dritte Kiste Kann doch nicht sein Sie sind die dritte Kiste Sie sind die dritte Kiste Stimme Jetzt müssen Sie schon Sie sind die dritte Kiste Hier außen am Felsen? Da oben? Hehe, hab ich euch! Alle Mädel! So, hier schlägt er wieder voll aus. Das ist die Idee, die er da jetzt meint. Hier muss ich sehen. Oh. Oh. In die Richtung soll das sein. Ach, jetzt ist das alle, oder was? Warte mal, dann muss ich mich umziehen. Könnte ausrüsten. Oh, jetzt so hoch hier. Mann. Alles nur wegen dieser engen Kiste. Steh auf. Ja, da müssen wir so krabbeln. Da unten war nix. Da links könnte noch... Hm. Warum ist der schreien? Hm. So. Ach du Scheiße. Glück gehabt. Da drüben. So. Warte mal. Dann sind wir wieder hier. Ich komme jetzt hier weg. Nicht, dass die hier drunter ist. Und das wär der. Oh, wir waren nicht. So. Und weg damit. Die wird ja wohl kaum in dem Ding sein. Ach, der Bogen ist auch kaputt. Ah. Halt dich fest, Junge. Jetzt bin ich da ohne runtergefallen. Typ sei ja nicht. Was hier wird los? Irgendwo hier ist sie doch. Ich seh die doch bloß nicht. Wo ist sie denn? Hm. Ich verstehe nicht. Da ist nichts. Hier schlägt der. Neues Objekt. Wo lang? Der macht immer hier lang. Ich verstehe nicht. Der oben drauf war ja nichts. Dann wäre auch hier versteckt gewesen. Auf der... Auf der Kiste. Auf der mir döns. sind wir überhaupt noch auf dem vergessene plateau jetzt mal ohne witz die haben wir geholt ach warte mal das hört ja nicht dazu hier war wir gehen mal dahin drei kisten war zwei haben wir gefunden so gucken wir mal hier bei jeweils hier war die sturm ist wieder einleitsbereit machen wir mal ach guck mal da da ist er doch schon hätten wir ja lange suchen können ja hoffentlich ist hier mal etwas vernünftige drin nicht auch wieder so quatsch achte ist das konnte man damals auch irgendwie freischalten wie war denn das oh der ist an erst mal hier die schwachen alle machen ja ja zack Wahnsinn. Oh, wie viel sind denn hier von diesen Knochen ihre Puzzis? Jo, haben wir alle drei Kisten, würde ich sagen. Hat der ja lange genug gedauert? Da ist irgendwo eine lange Kiste, die nehmen wir noch mit. Achso, wir müssen das nur anziehen kurz, gucken wie das aussieht. Bernstein. Boah, wie viele Kisten sind denn hier? Hier Richtung. Aber dann ist wirklich los, die nehmen wir noch mit? Hier drin, wa? Hier oben? Nein. Wo denn? Hallo? Doch, wir gehen mal hier hoch. Wir gucken mal. Geht er jetzt nicht runter? Dann können wir die Kiste doch nicht mitnehmen. Ne Leute, dann bedanke ich mich schon mal für das Zusehen. Und im nächsten Part. Guck mal kurz. Wir wollen den mal anziehen. Wir müssen den mal anziehen. Wo ist denn? Wo ist denn? Da ist es. Hier ist es. Hier ist es. Die Nintendo Switch T-Shirt. Ja Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Und äh, ich würde sagen, sehen wir uns im nächsten Part. Dann machen wir. Wartet mal. Wo waren die Quests? Hier. Dann nehmen wir nämlich. Dann holen wir uns mal hier die, die, die. Hier die Maske. Dann machen wir am nächsten. Alles klar Leute. Denn, bis dahin. Macht's gut Leute. Ich wünsche euch was. Tschüss, ciao. Und auf Wiedersehen. Bis dahin. Bis dahin. Bis dahin.